Die Welt der Neuerscheinungen und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine sehnlosen Fleischstückchen. Es ist wieder soweit, die Würfel haben erschienen. Die Würfel haben erschienen. Steam Neuerscheinungen. Wizard Blasters sieht aus wie ein absolut kopiertes Vampire-Dings-Survivors. Ich kann nichts einstellen, kein Sound, kein gar nichts. Ich habe keine Ahnung, ich habe tierisch Bock. Wir gehen jetzt rein. Wir nehmen den Wizard. Der macht nämlich Small Fireballs. Das sieht aus wie ein Jäger. Okay, cool. Fresche Mucke, Alter. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Ich möchte das nicht mehr tun. Aber ich muss es tun. Einfach, dass ich euch schütze. Dass ihr nichts Blödes kauft. Dafür hätte ich gern Einen kräftigen Applaus. Bitte gebt mir ein Light. Und einen Kommi. Sonst hole ich einen Pony. Und reite dann weg. Reite dann weg. Spaghetti. Spaghetti. Kommt aus Taiwan. Nur das weiß man, ist keiner. Mann, ist das Copy-im-Pacer-Spiel. Das ist dir einfach gar nicht gut. Ich mache den Spinning-Shot hinzu. Denn um mich rum, ja, das tut mir gut. Was tue ich hier? Ich habe noch nie so gereimt. Yeah. Denn das ist richtiger Scheiß. Und der Meteor, der kommt hinzu. Denn das macht bestimmt ganz groß. Boom. Ich höre jetzt auf. Ich kann nicht mehr. Ich werde psychisch kaputt mit diesem Spiel. Ich mache das ernst. Wohin mit dem Meteor? Bruder. Ey, es ist auch kaum laut oder so. Auch kaum nervig, die Geräusche. Ist total entspannt. Wirklich. Geil. Ja, kommt da durch. Stärkt am Meteor. Los. Boah, ist das ekelhaft. Das ist einfach Copy and Paste, ne? Mann, wir brauchen Hühnchen oder so. Irgendwann zum Heilen. Dann gibt es hier Hühnchen. Ja, habe ich gesehen gerade mal. Ich glaube, ne? Ja, da unten. Meteor Level 2. Scheiß drauf. Wir gehen auf Meteor. Und den guten Slamsphere. Einfach um sich um was haben, ist wichtig. Oh, die Musik hat geswitcht. Geil. Die ist übrigens wirklich nicht von mir hinterlegt. Die ist vom Spiel. Ich kriege sie halt nicht ausgeschaltet. Das ist geisteskrank. Geil. Zwei mal dieselben Sache auswählen. Dann nehme ich doch Movementspeed, weil ich einfach krass bin. Ich glaube, es ist das erste Video, was ich nicht cutten muss. Weil, was soll ich hier cutten? Warte, ich mache jetzt mal einen Cut. Der Spending Shot auf nächste Stufe ist so toll. Ich nehme das Hähnchen, mag die Keule und die Kiste auch beim Zoll. Denn beim Zoll, da darf man meistens nicht irgendwie Fleisch einführen. Ja, ja. Das macht auch Sinn, denn sonst kriegt man ein Penisgeschwür. Ja, Fireball ist mir egal. Ich wollte auf Meteorit gehen, ne? Boah, ich kann das alles schon nicht mehr. Also wirklich, dafür habe ich schon wirklich jetzt einfach auch ein Like und Kommentar verdient, die das mir diese Scheiße hier antut für euch. Wirklich. 1,29 Euro irgendwie nur das Game. Aber es ist komplett copy and paste und spielt sich wie der letzte Scheiß. Nur, damit das mal klar ist. Das ist fürchterlich. Ah ja, hier. Die Pfähre. Oh, ist das angenehm leise, ey. Drei Minuten zehn und ich kürze die haben wie eine halbe Stunde, Alter. So, hier oben. Komm mal nicht weiter. Perfekt, Alter. Sehr geil. Jetzt bin ich ein bisschen gebumst hier. Das heißt, wir machen Laufen bei eben hier lang. So. Boah, ist das ein... Dieser Musik-Switch ist auch einfach geisteslang. Also immer, wenn wir hier in die Nähe gehen, switcht die Musik. Ich mag an sich solche Games, ne? Also bin ich ehrlich. Aber das ist richtig scheiße. Sondern die Musik etc. Das ist eine Katastrophe. Wirklich. Aber zumindest bewegt sich hier mehr als im GTA-Kreis-RP. Spanning-Shot. Spanning-Shot. Was ist ein Spanning-Shot? Ich weiß nicht mehr, die Kommentare von Lufti oder so, weißt du. Irgendwie wieder irgendwas. Meine Presse, ist das ein geiles Game. Weil der steht auf sowas, ne? Also das Game müsste eigentlich auch passen zu seinen Witzen. Genau wie viele andere aus der Community. Gott sei Dank kann man hier keine Bits spenden, King. Junge, der Musik-Switch hier. Achtet mal. Ich muss die Stelle finden. Da. Bin gleich tot. Scheiße. Oh nein. You died. Ja. Ihr habt sechs Minuten. Dann nutze ich die Zeit für was Besseres. Nämlich mich bei euch zu bedanken für den ganzen Support in letzter Zeit. Das ist geisteskrank. Alles für den Traum. Ihr wisst ja, ich will auswandern. Irgendwann in den nächsten Jahren. Auf Madeira. Weil ich mich da einfach richtig gut gefühlt habe. Auch gesundheitlich etc. Ja. Danke für den ganzen Support auf Twitch. Danke auch, dass ihr hier reinschaut. Danke für die ganzen Abos etc. Weil ich möchte diese Spiele nicht weiterspielen. Sonst kriege ich eine absolute Vollkrise. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass das diesmal ein bisschen kürzeres Video wird. Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber ihr müsst verstehen. Ich gehe auf alle Neuerscheinungen auf Steam. Und der Würfel entscheidet. Ich nehme Würfel. Internet basiert. 1 bis 30. Der sagt mir, zahle ich ihm das Spiel. Letztes Mal musste ich eins abschmettern, weil da ging es um Tentakel und Sex. Ja. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt präsentieren. Auf jeden Fall bedanke ich mich für dieses wundervolle Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet genauso wenig Spaß wie ich. Denn das ist ja... Ich bewahre euch vor vielem. Glaubt mir einfach. Bleibt mir gesund und bis zur nächsten Folge. Aaaaaah. 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 Aaaaaah.